. Kurz nach Verlobung, Justin aufgelöst am Telefon gesichtet. . Eigentlich sollte Justin Bieber, 24, gerade Luftsprünge vor Freude machen, der Sänger hat sich erst vor wenigen Tagen mit seiner Urn-Off-Freundin Hailey Baldwin, 21, verlobt. Kurz darauf gestand der Biebs seiner hübschen Modelfreundin seine Gefühle in einem romantischen Post im Netz. Siehen jetzt schon wieder dunkle Wolken am Liebeshimmel auf? Justin wurde völlig fertig und den Tränen nahe in New York erwischt. Erst am Dienstag waren Justin und von ihrem Verlobungstrip auf den Bahamas zurück in amerikanische Metropole gekommen und strahlten dabei um die Wette. . Das hat sich zumindest bei dem Popstar geändert, eine Paparazzi-Aufnahme zeigt Justin extrem aufgelöst bei einem Telefonat. . Der 24-Jährige sitzt in dem Video, das TMZ vorliegt, auf einer kleinen Mauer, die direkt vor Apartment in Brooklyn sein soll. Während des Gesprächs fasst sich Justin immer wieder ins Gesicht, verdeckt dabei seine Augen und schaut traurig auf sein Smartphone. . Mit wem der Sorry-Interpret gesprochen hat, ist nicht bekannt. Ob sein Ex-Freundin Selena Gomez, 25, am anderen Ende der Leitung war? Mit der Sängerin bandelte der Kanadier Anfang des Jahres nach einer längeren Beziehungspause wieder an die Liebe zerbrach nach nur wenigen Wochen. . Ein Insider behauptete vor kurzem, dass Justin Seel mit Anrufen bombardiere, ein anderer Informant hingegen stellte klar, dass zwischen dem ehemaligen Traumpaar seit der Trennung Funkstille herrsche. . Was meint ihr, hat Justin Mesee telefoniert? Stimmt in unserer Umfrage ab. . . .